Wir alle kennen das Märchen von dem kleinen Rotkäppchen, das die Mutter mit Kuchen und Wein zu der kranken Großmutter schickt. Auf dem Wege dorthin kommt es durch den dunklen Wald. Vorsicht, kleines Rotkäppchen. Ein Glück nur, dass der Jäger mit Rotkäppchens Brüdern des Weges kommt. So nimmt doch noch alles ein gutes Ende. Der Wolf ist tot! Rotkäppchen. Ein Märchenfilm in schönen Farben für Sie und Ihre Kinder demnächst in diesem Theater. Rotkäppchen. Grasalсь. Untertitelung des ZDF, 2020